ok supendria was braucht supendria braucht auch mittel tiger claw schön da kann ich das hier machen ja es hat gepasst ja aber das war es dann auch schon wieder also müsste ich die jetzt alle noch mal machen ach genau und das ding nein nicht pet shop da personal shop genau die brauche ich weil ich jetzt mal rein schaue in den shop ob nicht zufällig jemand solch eine dinge verkauft gott was die für komische sachen verkaufen das spiel ist abgeschmiert nein doch nicht doch hallo ja so hier bin ich wieder und dreimal dürft ihr raten was passiert ist richtig das spiel ist abgeschmiert er zerpasst doch besser auch gott was die alles anbieten hier ich muss unbedingt wieder was von mir rein hauen alter oh gullassteak plus 5000 pro kaufe ich mir kein ding nämlich mit dem gulasch ding könnte ich sogar wieder gegen den es ganz eher wie kauft es das ist doch alter was ist denn da los gottes prime time oder was siemens ok 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 turtle claw cash code bloß sei alter was verlangen die handy doof oder was lust sein wenn ich brauche ich zu cardiff island und mach ein paar dinge kaputt ausverkauft ja natürlich deswegen ist ja noch alles drin dann kommt dann ok zurück mein shop shop schließen wir versuchen das tun wir mal das rein für 10.000 mal schauen vielleicht geht es ja weg die dinge tue ich rein aber noch irgendwas zum reinschmeißen shop öffnen passt hier schauen quest moment einmal ok zehn stück das heißt es ist kein boss ich wollte glaube ich noch dann wollte ich nicht oder wenn ich jetzt hier das bringt mir jetzt nicht geld auszugeben weil das dann zu hoher wahrscheinlichkeit nicht besser ist aber ich probiere diesen eduard noch mal das kommt daher das kommt auch falsch das kommt daher und bevor ich es vergesse munition brauche ich ganz viel munition da nein da bei unserem waffenhändler brauche ich viel munition kaufen drohnen 4.000 reichen und dann geht es ab zu unserem eduard und in der zwischenzeit schaue ich nochmal hier so rein was da alles ja ok das ist irgendwelche einfachen essenzen alter normal das ist ja nicht normal das ist ja blut oder blues sei hallo weiter laufen bitte ob es nicht eine nein das wollte ich jetzt nicht ob es nicht eine ah genau fs auto laufen alles klar ok das king dodo ja ok king dodo ist ein bisserl kann man den den kann man doch mittlerweile besiegen oder ja um die essenz da müsste ich eigentlich genügend von haben da habe ich auch genug bloß seins müsste ich dann bloß ein paar dinge köln von geessenz sollte ich genügend haben gewandtheit plus 4 willenskraft plus 2 aber diese aber diese äh was hallo youtube wieso super da hat sich wohl einer reingeschlichen ich hoffe der verfolgt mich jetzt nicht aber ich schau trotzdem mal nicht dass ich gestoppt werde das habe ich gar nicht mitgekriegt so gut pass ich auf so schauen wir mal ob man ja ich glaube ich mache erst den da hinten aber also habe ich doch viele mittlerweile angesammelt ähm das da kommt daher ernsthaft junge hä halt halt nein das wäre jetzt äh na das bringt man ja nichts das bringt man nur xp und das ist es ist mal jetzt nicht wert und ich will ihn auch nicht klauen ähm ähm okay ich bin eigentlich nur deswegen her gekommen ne schade ja ansonsten ja vielleicht einmal haben wir ähm da mal schauen ähm empress genau schauen wir mal ob der da ist also es müsste irgendwo da hinten oder da hinten was sein diese komische äh königin der queen hornets so ich glaube irgendwo da hinten so ich glaube irgendwo da hinten ja 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 ich glaube das war hier in dem umfeld umfeld queen hornet queen hornet violent ja hätte ja sein können dass sie da ist ist sie aber leider nicht schade schade haben wir sonst noch irgendwie irgendwo irgendwas oder ist die hier irgendwo und ich sehe sie noch nicht weil ich blind bin ne ja dann hätte ich gesagt machen wir uns auf den weg nach ins lava plateau und machen da mal weiter und ich hoffe dass diesmal ähm das spielt nicht abkackt äh oh ne ich bin falsch ich muss ja da rauf oh super so schauen wir mal ob die auch gute items droppen hm hm ja ja viel äh äh Geld auf jeden Fall Small Magic Crystal Ist schon wieder was verkauft worden Nö, ich glaub nicht Ach nee, was mach ich denn Was bist du am tun, Junge? Was ist deine Mission? Was ist deine Mission? So So Bis zum nächsten Mal.